Ich hab ihn grad eben angeguckt, das hält man ja nicht aus. Guten Abend. Guten Abend. Schön, dass du schon aufnimmst. Sieben? Ja, das ist richtig. Ich nicht. Ich mach mir jetzt... Warum? Und mein Fenster schließen müssen. Ich bin so hardcore am Ölen. Es ist so ekel. Mehr dazu nach dem Intro. Ein bisschen Tee. Ja, fünf Tassen Tee hau ich mir jetzt rein. Ich find das immer witzig. Ich hab ja keine Ahnung, ob du gerade was gesagt hast, weil ich ja immer... Ach so. ...in der Zeit des Intros nichts höre. Ich hab mir grad fünf Tassen Tee reingebördert. Fünf Tassen Tee? Also nicht in real life. Würde ich hier nicht mehr sitzen. Ähm... Da müsste es nämlich zum Schiefen. Das auch. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Einige Leute haben sich in den Kommentaren beschwert, dass ich doch bitte das Shrexophone wegmachen soll. In anderen Worten, ich... Deswegen gucken wir mal, ob ich irgendwas anderes finde. Ah, Shrexophone in 18-fach Speed. Wie macht man Trockensuppe? Mit ner Bakeware. I need a Bakeware. Ne Leute, falls ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Okay, spielt den selben Song nochmal. Okay, alles so gut. Oh, dann los! Ich brauche Tee. Äh... Hast du zufällig ne Orange? Ähm... Nein. Ach, hast du zufällig Rote Farbe? Ähm... Nein. Ich hab Weed! Doch, ich hab ne... Ich hab ne Rote Orchidee. Falls dir die hilft. Mein Weed wächst grad noch. Ich suche jetzt mal rote Farbe. Die brauche ich nämlich für meinen roten Tee. B-B-B-B-B-De-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D... Da hinten sehe ich schon ne rote Farbe. Ähm... ja ja ich hab nichts zu essen weil dieses spiel mich soeben hops genommen hat deswegen habe ich deswegen habe ich hops jetzt angepflanzt ja wir haben jetzt halt ein kleines problem ich würde jetzt einfach mal farmen gehen das hat sich gereimt wir haben schon wieder keine timber bot das ist doch traurig ist einfach traurig ja das ist nicht unrealistisch was ist daran unrealistisch das ist richtig das hätte ich dir vorher sagen können das ist nicht so wie du fachst jetzt ist auch mal wieder gut wir haben jetzt mal ein level erreicht da war das witzig jetzt nervt es also mich nervt das schon seit letztem jahr cool weiß ja nicht wie dir das damit geht aber mich nervt das tierisch warum nutzt du das dann noch sagt mir doch was anderes den selben song nochmal okay eben deshalb wenn ihr songwünsche habt schreibt sie gerne in den kommentaren ähm soos ähm bakeware dem we take some rendition make stock and out of that stock we make droid soup and droid soup is literally the best food in the game um that's right um um and now let's make a generator ich habe mich für den den entschieden das 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 wie das wie das habt ihr mich soweit ich werde mich umschauen nach eine neuen musik ich bin immer verwirrt um ihr kein co2 sorthen nicht kohle abbaue Servus genug jetzt ja ich suche ja schon äh, warum musst du das Spiel verlassen? der Remote horcht der, 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 der würde gerne sagen, warum dieser Fehler kommt ich weiß es nicht boah, ist das ne fette Kohleader äh, wurde jetzt richtig Kohle rausgeholt das ist schon richtig geil Alter, wie fett ist die? ah, yes, super und der Server ist weg darum kümmern wir uns doch mal gleich so ich krieg eine neue die wird probably gerade aus dem Boden gerissen jeden Moment ich bald nicht mehr, weil die bei uns die Straße aufreißen passt, passt, das ist kein Problem ja, ich würd sagen, wir gehen nochmal hoch oder auch nicht ja, blöd, ne? ähm, woran könnte das liegen? ich weiß es nicht keine Idee tja, so läuft das from time to time aber ihr müsst schon zugeben die Musik ist, äh, nerviger als Schrexophone und das definitiv was hast du jetzt ausgepackt? ja, wer ist der Typ Kevin McLeod Kevin McLeod genau der wir machen uns ne Eisenspitzhacke oh mein Gott das ist ja geil ich mach mir ne Dia-Spitzhacke ja, das ist ja jetzt wichtig ich hab gar kein Eisen gefarmt ich bin aber über Eisen drüber gelaufen dann machen wir uns wohl noch mal ne Steinspitzhacke äh, ich mach mir keine Sekt mehr wie hieß das nochmal? ein Grindstone Nein, Grindstone ist der richtige Shit ich hab auch einen, kannst du abholen rat es okay, geil es ist ein Rolltorm, innit? mhm was willst du damit tun? warte noch ne Minute dann ist der Remote Host wieder am Bienen dann kannst du schlafen gehen es ist schade letztes Jahr hatten wir schön ein Bett am Spawn ja, das ist richtig oh mein Gott was ist das für ein Song? das ist Theme for Herald das ist mein allererstes Intro für Leute, die schon länger dabei sind ich darf mir jetzt echt den Grindstone mitnehmen ja, einen von denen der Stecke dazu ist nur in der Kiste drin danke was ist mein Boot hin? du 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 ah, gar nicht geplaced oh mein Gott ich bin dumm ja, ja ja, ja, ja ja, ja das wär auch ne coole Hintergrundmusik die ist leider no copyright die ist so beschissen ich denk wie alles andere das hab ich mir auch gedacht weil hab ich jetzt nicht behauptet nein, nein eigentlich wär das ja geil weißt du worauf ich gerade richtig Bock hab also so komplett ultra Bock drauf grün wähler mal bitte weghören ich glaub das wird jetzt so ein Standardsatz bei mir wir sind ja technische Säure ist ja ein eine Politik Sendung das wissen viele nicht ja doch die langjährigen Zuschauer wissen das ja das wissen die langjährigen Zuschauer auch die Zuschauer die jetzt die Hintergrundmusik wieder erkennen die hab ich nämlich die ersten Jahre meiner Karriere verwendet ja, so alt sind die schon hier die Zuschauer ne, die Musik die hab ich am 3.1.2014 runtergeladen das ist ne lange Zeit bin mir nicht sicher aber ich glaub, dass der 3.1.2014 sogar die Geburtsstunde der Geburtstag meines Kanals ist also das war auf jeden Fall der 3.1. weiß nicht ich glaub das war 2014 wie war das? man kann mit Flau kein Brot machen, ne? mit Flau schon wenn du das hast kannst du das halt wahrscheinlich nicht bekommen mit viel Glück also doch dieses weil das ist nicht das Flau von Cooking for Blockheads funktioniert ne, von Pam's Harvest Craft das was du mit Water und Salt und so machst aber das von Ender IO oder das von funktioniert nicht geht nicht ne deswegen hab ich auch nichts zu essen das war meine erste Taktik an Essen zu kommen du kannst nicht mal regulär mit 3 Weed der Brot craften das geht auch nicht ne, warum auch wird so einfach eben also finde ich schon zu einfach warum ist es halt schissen teuer aber sonst na äh 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 ähm ähm was wollte ich hier gerade tun ich soll mich wollen gab es hier nicht einen ne ok hätte er sein können ja dann müssen wir wohl den hier machen das schlimmste bei diesem Grinder finde ich eigentlich dass man nicht sieht wenn es fertig ist das stimmt beziehungsweise er hört ja eigentlich dann auf aber 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 trotzdem äh äh das stimmt auch wieder äh ja ich wollte mich um ja nochmal wir sind wir sind alle nicht auf Corona negativ getestet und können uns deswegen in diesem Rahmen hier treffen möchte ich auch nochmal wiederholen was wolltest du jetzt sagen was die grün triggert hab ich gerade irgendwie mein Hirn abgeschalten oder ne ich hab ich war das genauso wie ich jetzt mein Hirn abgeschalten hab und anstatt Eisen äh Steinen in meinen Furnace geworfen ähm was wollte ich sagen die grünen wähler sollen jetzt mal wegehören weißt du worauf ich richtig Bock habe gerade ich hab richtig Hunger richtig Hunger so ne richtig fettige Currywurst mit Pommes ja ich hab dich homie das schon das schon Bock hab eigentlich gerade generell richtig Bock auf irgendwas zu essen so ein Brot mhm zum Beispiel aber was willst du machen ne das ist gerade nicht möglich ja aber im September kriegst du Brot da ist halt nicht grün die grünen wollen mir mein Brot verbieten ne ne da gibt's dann noch Brot aber halt kein Brot aus der Massenfertigung da hab ich nix dagegen das würde ich eh nicht kaufen ich hab ein Hörer gefunden super super Söder super Söder hey hey sonst nicht bei dir aber noch alles im Hirn so weit gerade oder warum würde ich nicht machen warum nicht was willst du da erzähl doch mal was willst du da da gibt's doch nichts also ich werde jetzt in den Neter gehen in der Hoffnung Blazerods zu bekommen ja wir haben direkt am spawnen ne Neterfestung da könntest du Glück haben also das weiß ich hat mein hat mein achievement mir gesagt ich weiß leider nicht wo es ist und nochmal muss ich mich nochmal nochmal dafür entschuldigen dass ich gerade vergessen habe mein Fenster zu maximieren das war gerade wo ist die keine Ahnung so die ersten 16 Minuten dieser Folge waren leider in 720p es tut mir leid kann ja mal vorkommen boah diese Musik das ist so Standard Let's Play von vor sechs Jahren haben alle benutzt das ist alles aus der Overworld reingelaufen Damals stand das äh Portal noch das Hohn ist gerade verbrannt Damals also die Eule ist reingeflogen das Hühnchen vermutlich weiß ich nicht wie das da reinkommt wir haben ja das Portal extra so dass da nichts reinlaufen kann eigentlich aber so eine Eule kann natürlich reinfliegen das ist richtig was ist Malachit Malachmit was das ist ein Erz ich weiß was kann man essen warum kann man das essen das kann essen ja echt jetzt du hast gesagt das kann man essen hast du es ausprobiert ja es geht ja hä was ist denn das das war ein Joke von mir ich bin erstaunt wie gut ich laufen kann was macht man denn damit normalerweise ein terrestrial artefakt macht man damit ah nen Biome finder kann man damit bauen okay aber wenn man das essen kann von mir aus ich sage dass man das essen kann ja hä hast du doch gesagt ich merke das schon geil grüne farbe ich mache mir ein grünes Bett komm mir was wollen wir ferrisly mechanikal kraft und iron gear super limine oh gut gut dass du das sagst ich auch nicht ging ging das ging das nicht mal irgendwo dass man nee das war das war ab der 1 15 oder 16 dass die dass die äh ja ist das die torte ist auch leuchten wenn du die nur in der hand hältst das geht hier nicht ne echt wo stellt man das ein ja bei mir habe ich das vermutlich ausgemacht fuck fuck sie ist hinter mir ah ehre ich mache das aber fast nee das ist weird oh nein ich habe disconnect gedrückt hm 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 Tschüss.